yo leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir eine runde hg weil es ja schon lange kein live commentary sogar gab ich hoffe einfach dass die runde los wird ich habe keinen bock jetzt tausend runde aufzunehmen es ist noch morgens das heißt ich bin noch nicht eingespielt aber naja ich hoffe einfach mal die anderen auch noch nicht so lang ja ich spiel das kid grappler und ich hoffe euch gefällt die runde einfach so ihr könnt mal in die kommentare schreiben was ihr lieber mögt so montagen oder mit musik halt oder mögt ihr lieber einfach ganz normal so live commentary klar das live commentary ist dann meistens länger aber trotzdem halt gut bearbeitet denke ich auch dass es mir gefallen wird so suchen wir meinen ersten gegner ich hoffe die haben sich nicht alle richtig viel gefarmt okay er ist der fight ja phantom und ich kann natürlich nicht grappeln aber er kann phantom so da hinten ist er aber grappler ist halt ein echt geiles kid da mein gott ich dort ist meine suppe hashtag nicht eingespielt ich bin eingespielt So, bitte stirb jetzt einfach, ich habe keinen Bock auf diese ewigen Fights, wenn man nicht eingespielt ist. Oh. Ja, sorry an dich. So, nächster Fight. Ne, Ninja. Ninja ist halt immer so ekelhaft. Hä? WTF, Alter? Ich glaube, da würde uns jemand abstauen. Na, Junge, warum gehst du denn auf ihn? Wie blöd muss man so sein? Komm, der ist nicht so gut. Der müsste es quick droppen. Er hittet mich halt so wenig. Mann, Junge, also diese Taktik von den Leuten. Okay, das ist ein Switcher, äh, Switcher-Trap, glaube ich. Gigi an dich. So. Ähm, by the way, ich habe das Scoreboard ausgemacht, weil es einfach schöner ist, vor allem in Videos, dann die Videos zu gucken ohne Scoreboard. Könnt ihr auch eure Meinung mal reinschreiben, aber ähm... PTF? Achso, ich kann nicht mehr spielen und ich dachte schon... Also ich finde es halt auch mal cool, so andere Kids zu spielen, weil ich weiß, ähm, Kangaroo ist halt das Beste, aber... Also nicht unbedingt, aber ich... Es ist halt einfach am praktischsten. Bis auf, dass man mit Grappler sich dran grappeln kann. Aber halt auch nur manchmal. So fightn wir bei ihm. Wenn ich nicht eingespielt bin, wackele ich so beim Jittern, das ist richtig komisch. Boah, was machst du denn? Okay, Gigi. Oh, der Tentailed ist auch ein Abonnent. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ja. Nein! Oh mein Gott, er ist... Oh. Er ist gladi. Oh fuck. Okay. Ähm... Sorry. Ich kannte... Ich... Woher soll ich dich das wissen? Okay, Tentailed hat ein Eisenschwert. Ist halt nicht so geil, weil Tentailed ist nicht so scheiße. Und dann noch ein Ninja, warum spielt denn jeder Ninja? ETF. Oh mein Gott. Danke, dass ich mir ein Refill zurückbarke, ne? Komm schon. Maaaannn. Okay, er fightet aber mit dem Steinschwert. Fair. Für dich gegrüßt. Auf jeden Fall ganz korrekt von dir. Aber ich rede im Fight jetzt nicht mehr so, weil das sonst einfach nur noch dumm wäre. usuwärts haben wir diesen Und er kann in der Zeit immer recraften, das ist so ein Scheißdreck, ne? Bitte rennet nicht weg. Oh mein Gott! Nein, er ist eh Ninja. Okay, dann ist es sinnlos. Schade, ich dachte, ich könnte ihn jetzt in die Lava schubsen. Oh mein Gott, GG. Tentate, für dich gegrüßt. Auf jeden Fall guter Fight. Lass mir einfach mal den Satz so stehen. Au. Okay, ähm, für dich gegrüßt, bist auf jeden Fall auch korrekt. Okay. So, ich muss jetzt noch ein bisschen farm, weil... Sonst wird das halt auch schwer. Okay, der nächste Fight, der hat ein Eisenschwert. Ich habe halt Eisendbrust, also eigentlich, glaube ich, ein ganz fairer Fight. Weil er hat halt hundertprozentig Stacks Decker. Ich glaube, solche Leute haben das immer. Okay, fies ist... Ja, okay, ich weiß aber echt nicht, ob ich den da umkrieg, weil... Ja, ich habe jetzt nicht so viele Soups. Also, ich habe jetzt nicht mehr... So viele. Ey, nein. Ich könnte jetzt in Ruhe recraften. Okay, er müsste Sand gehen. Bitte. HG-Gott. Komm schon. Nein. Ah, schade, okay. Ja, ich war auch drauf. Aber ich hoffe, euch hat die Runde trotzdem gefallen. Und... Ja. Ähm... Die, die an euch alle gefeiert haben. Und... Ja. Ciao. Ciao.